so freunde willkommen zu einem weiteren video von gemstone legends wir haben ein neues intro beziehungsweise es gibt neue beginnerevents und die will ich einmal ganz kurz vorstellen die laufen natürlich auch schon im hintergrund so ein bisschen mit das ist ganz praktisch da kann man zu dem was ich erzähle jetzt eben dann auch sich das video in dauerschleife dann immer mal wieder angucken und man erkennt es so wir sehen schon im hintergrund da läuft das erste event mit vigo aber wir gucken uns zuerst das auf der rechten seite an ja weil wenn man oder wenn du dieses spiel spielen möchtest weil dir das gefällt was ich hier bisher da auf youtube auch gezeigt habe und so weiter dann kannst du das mit dem link in der beschreibung runterladen ja das ist wichtig weil dadurch unterstützt du zum einen mich und zum anderen bekommst du natürlich dann auch gute startboni die dir das dann ein bisschen alles vereinfachen ja und zum einen siehst du auf der rechten seite bekommst du einen epischen helden und das ist meralia ein super heiler der dir sofort natürlich weiterhelfen wird zusätzlich 500.000 münzen 10 mana tränke 10 heilungstränke und 300 juwelen das ist praktisch die in game währung ja und da muss das musst du einfach nur machen wenn das in dem du dir das spiel über den link in der beschreibung download ist das kriegst du automatisch und dann sehen wir schon da kommt wieder unser vigo das ist nämlich das erste event was für die anfänger dann kommt ja weil man will ja den natürlich am anfang auch ein bisschen starthilfe geben dementsprechend gibt es nicht nur den ein epischen helden meralia sondern auch vigo und den kann man nämlich dann wenn man gold rollen öffnet dann in so kleinen splittern bekommen die zusammensetzen und dann hat man diesen helden das ist event nummer eins event nummer zwei man hat es gerade auch schon im hintergrund gesehen ist man kann ein sich ein volles set von vier sterne rüstung zusammen erspielen sozusagen ja das ist dann mit dem hauptattribut defensive gibt er mehr durchhaltevermögen für deinen helden kannst du sogar direkt perfekt auch für vigo nutzen oder für meralia sie ist eine heilerin ist eigentlich eine super sache die dann natürlich auch auf def zu machen und das dritte event das ist relativ praktisch weil wir sehen es jetzt gerade im hintergrund für vigo muss man gold rollen öffnen das dritte event sehen wir gleich wenn die endlos schleife weiter läuft ja das dritte event ist nämlich so dass man im endeffekt mit den gold rollen das erste event direkt auch schon schaffen kann ja das ist also im endeffekt zwei eins sozusagen wenn wir es jetzt gleich noch mal sehen ich warte noch mal ein paar sekündchen ab dann wenn wir das auch sehen so erhalte schrift rollen da besser ein artefakt besser zwei und so weiter besser auf 15 und dann kriegt man die gold rollen als belohnung da sehen wir sie ja und da kann man im endeffekt wenn man diese gold rollen öffnet arbeitet man direkt schon das erste event mit vigo dann auch noch ab das ist auch noch eine super sache die events damit man sich nicht wundert wann diese events stattfinden wird praktisch das erste event die gehen alle vier tage ja das erste event wird direkt dann starten am nächsten tag wird das zweite event starten und das dritte event wird dann am dritten tag starten so dass man im endeffekt bis oder nach sechs tagen alle events durch hat ja super sache direkt am anfang wird vollgas gegeben damit man alles so schnell wie möglich hat und so schnell wie möglich dann halt auch nutzen kann in den ersten vier tagen ist man aber das kommt dazu ist man von normalen oder von von spezielleren events die für anfänger noch ziemlich schwierig sind erstmal noch befreit ja also wenn es gibt events da muss man sehr viel farmen die werden jetzt nicht noch zusätzlich in den ersten vier tagen kommen wenn es ein event ist wo es um einen neuen helden geht das wird auch für neulinge verfügbar sein aber ein bisschen schwierigere events die werden zumindest nicht in den ersten tagen kommen damit das nicht zu viel wird direkt am start das vielleicht auch noch mal interessant wie die events aussehen das sehen wir halt wie gesagt in der dauerschleife deswegen habe ich die dauerschleife gemacht damit man sich das immer wieder mal vor augen führen kann aber im endeffekt ganz einfach das spiel downloaden und dann auch selber spielen und das war es auch schon wenn du dann das spiel über den link gedownloadet hast und sagst das gefällt mir dann bist du natürlich auch herzlich willkommen in eine von meinen allianzen beizutreten ja wir haben eine die generation zero das ist eine top 10 allianz in dem spiel wir haben die creation zero die auch ganz gut dabei ist und wir haben die ground zero das ist so für unsere anfänger da wärst du natürlich dann perfekt drin und perfekt auch für gemacht ja um da tipps und tricks zu kriegen wir haben line gruppen wir haben alles möglich wir haben das wir haben ein discord channel und da gibt es massenweise an infos und natürlich auch an hilfestellung deswegen viel spaß mit gemstone legends und ich hoffe wir sehen uns dann in einer von meinen allianzen bis dahin alles gute und dann sehen wir uns achts gut ciao ciao willkommen zum krieg generation zero gegen die allianz kann ich immer noch nicht aussprechen ja die hatten wir schon in der beta phase meine ich da haben wir gewonnen und jetzt sieht es auch ganz gut aus also wir haben eigentlich alles eingenommen so gut wie und wir werden jetzt die hier noch angreifen die jetzt hier übrig sind ja einmal ganz kurz gucken das sind die legendären ja das kriegen wir safe hin die da sind die seltenen die seltenen sind fast so stark wie die legendären da interessant ja das wird das wird interessant denke ich und was haben wir hier hier haben wir die epischen okay gut dann würde ich sagen machen wir selten episch und dann gehen wir rüber zu legendär oder würde ich sagen mal gucken ich gehe jetzt ich gehe jetzt erst mal hierhin so nehmen wir er hat die bessere quote 6 zu 3 der hat 6 gewonnen 3 verloren gehen wir mal dahin so was hat er hier der hat vorher gucken so das ist einmal war fast da müssen wir aufpassen der macht ähm ging es betäuben genau ok einmal betäuben betäuben heiler damage und nochmal also mana ok nehmen den drachen mit der der heilung blockiert dann nehmen wir hier äh arda komplett raus betäuben das ist natürlich ein bisschen nervig ne ok wir können blau mitnehmen für ketra deshalb machen wir den drachen so das ist der waffen und fallen haben wir gar keine gekauft weil das war wie gesagt in der in der beta hatten wir wenig probleme gegen die dann haben wir gedacht dass da sparen wir die münzen mal und gucken wie das jetzt läuft sieht man auch hier ne wir haben null waffen so aber ich würde sagen wir nehmen hier erst mal die blauen da würde ich sagen wir nehmen eine heilerin sie zum einschläfern und dann nehmen wir selber noch bloki mit und ogalf obwohl ne ja ich muss welche mitnehmen die damage machen sonst kommen wir da ja nicht voran er friert noch ein aber ich würde sagen wir nehmen sie erst mal sie schläfert alle ein und dann brauchen wir zwei die vielleicht auf einen gehen vielleicht selber zlog vorak aber jetzt hat keiner hier eine leader fähigkeit das ist natürlich auch doof das dann nehmen wir zlog raus er ist noch im moment äh wird er noch ding hier trainiert aldo macht er nur auf einen ne fügt einem einzelnen feind ja dann passt das doch dann ist er ein resistenzwert ja pfff ok von mir aus ein resistenzwert oder was machen sie angriff in gildenbezogenen kämpfen das ist doch schön das ist doch genau das was ich brauche so das ist jetzt 73 gegen 82 müssten wir eigentlich gewinnen theoretisch theoretisch wir müssen halt im endeffekt ketra raushauen wenn wir ketra raushauen sieht es eigentlich gut aus varia wird natürlich von den beiden lilanen bearbeitet werden aber gut das äh gucken wir einfach mal gucken wir mal wie das jetzt so wird ok so jetzt sind wir erstmal dran äh machen wir das so so und so ja gut hauen wir ihn dann direkt raus ok hast ja recht machen wir das so und so erstmal hier wieder ein bisschen heilung jetzt gucken wir mal alle schlafen so das ist ja schön dann werden wir jetzt auf äh ihn hier gehen und ihn aufwecken indem wir ihn killen so er schläft so sie wollen wir eigentlich noch nicht wecken deswegen gehen wir jetzt mal wir können auch auf ihn gehen wir haben sie jetzt na wir gehen mal hier hinten hin ah jetzt nicht so viel damage ich würde hier gerne die steine nehmen so hier gucken wir erstmal was da passiert ok das war sehr schön so sind jetzt eh alle wieder wach können wir ruhig drauf gehen machen wir den roten machen wir den gelben und die ok sehr schön blau kriegen wir gleich auch gehen wir mal hier auf warfasser gucken macht auch nicht so viel schaden die ist halt noch nicht fertig ne sagen wir mal bitte einschlafen er ist als nächstes dran würde ich auch machen weil wenn wir sie obwohl wenn wir sie jetzt aufwecken er wird ja übersprungen ne ach und wenn schon machen gehen ruhig da drauf soll sie erstmal noch ein bisschen schlafen da ok gehen wir weiter auf ihn machen wir das so so und so fischen wir das auf heilen brauche ich jetzt erstmal nicht ok wir heilen sehr schön machen wir das so ja war jetzt doof ne wir greifen ja eh an also von daher jetzt bei einem bei einem Gegner macht das macht das wenig sinn mit dem einschläfern ui jo one shot ok gut dass wir sie so lange rausgenommen haben die scheint jetzt äh noch bock zu haben die ketra mal heilen müssen wir mal gorak jetzt dann start kriegen so so und so dann haben wir's gewonnen ok gut 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 jetzt gucken wir erst mal eben was die leute hier so sagen na ja So, einmal kurz Pressure aufbauen, ja, dass wir alle One-Shotten werden. Okay, gut, nehmen wir den nächsten hin. Dann sind wir aber erstmal selten fertig. So, hier nehmen wir jetzt die dicken Burschen. Wir haben Ketra wieder, wir haben Prodan. Prodan kann auch einfrieren, Ultan, Deathdown. Er ist ein Heiler. Wir nehmen wieder normal den. Und jetzt nehmen wir unsere stärksten, die wir haben. Baldur brauchen wir nicht. Es ist jetzt nicht der stärkste, aber wir werden gucken. Die beiden werden natürlich auf Ketra gehen. Das ist ein bisschen blöd, aber wir haben den Heiler Benedikt dabei. Wir haben selber Blau für alle, Deathdown. Und dann Ketra, das könnte gut hinhauen. Nicht das Problem, aber wir haben Ogalf. Ogalf macht den Verspotten. Oder das Verspotten. Das heißt, die beiden Blauen müssen ihn dann angreifen. Und weniger, oder können sie nicht angreifen. Er wird eigentlich prinzipiell gar nicht angegriffen. Weil Grün geht auf Blau, Blau geht auf Rot, Rot geht auf Grün. Das heißt, er ist erstmal safe. Und kann dann immer schön heilen. Stellt bei allen Verbündeten 24. Ja, es muss halt nur sein, dass Ketra es überlebt. 78 gegen, welche Stärke haben wir jetzt? 95. Also eigentlich müsste das auch funktionieren. Von der Theorie her. Aber wir gucken mal. Okay, so jetzt sind wir erstmal dran. Wir gucken erstmal, dass wir den Heiler an den Start kriegen. Und natürlich dann auch. Ogalf. Ja, Ketra ist gar nicht mal so doof, wenn wir da drauf gehen. Blau, Rot, Grün. Okay. Gens ist down. Wir gucken, dass er, na gut, Blaue sind hier eigentlich gar keine im Moment. Okay, Ketra ist schon mal weg. Das ist schon mal sehr gut. So, er ist jetzt erst geladen. Alles top. Ogalf sind wir nicht fertig geworden mit. Aber ist auch nicht schlimm. Machen wir jetzt erstmal das so. So. Und. So. Er ist jetzt auch erstmal unser nächstes Ziel. Weil er, ja, da ist er. Er fängt schon an, einen zu fliegen, der Drecksack. Genau das ist das Problem. So, Heilung. Spot. Spot hätte ich mir jetzt auch noch klemmen können. Weil jetzt geht erst ein Zug. Oder ein Spot verfliegt. Aber er hat sechs Züge Spot. Das heißt, in dem Fall ist es jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Und das ist relativ easy. Hätte jetzt theoretisch noch warten können. Ich hätte auch mit Ketra erst hier angreifen können. Aber ich bin eher so der Typ. Ich sehe ja jetzt, dass ich es gewinnen werde. Deswegen versuche ich immer einen nach dem anderen rauszunehmen. Wenn ich dann gar keine Probleme habe, da irgendeine Bredouille zu kommen. Normalerweise, um es ganz effizient zu machen, müssten wir jetzt mit dem, mit Ketra, dann hier, ähm, das ist das Santos, ne? Ja, ja, Santos anvisieren. Mit, äh, Ultan, dann, wenn da jetzt Ketra gewesen wäre, hätte man da anvisieren müssen, ne? Das sollte man so machen. Aber in dem Fall jetzt, äh, brauche ich es nicht. Und ich bin tatsächlich der, der wirklich einen nach dem anderen da raus haben will. Jetzt auch wieder, ne? Ich hätte mir sparen können, aber es passiert nicht großartig was. So, und wenn ich jetzt, jetzt könnten wir mit Ketra auf Santos gehen. Das macht natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Damage. Ketra ist jetzt ausgewählt. Dann bleiben wir jetzt mal da. Jetzt machen wir Rot. Und hier machen wir den lila Diamanten. Oh, den ist das lila Match hier. Für mich ist das immer ein Diamant. Dann haben wir, äh, Ogall 4. Oder so. Ne, jetzt, jetzt wäre es natürlich, jetzt wäre, wäre mein Move gewesen, ihn wegzukriegen, weil, jetzt würde er heilen. So, wir haben natürlich den Blockierdrachen. Das ist umso besser. Und dementsprechend, äh, funktioniert das auch so. Das hätte ich mir jetzt auch wieder sparen können, ne? Das ist jetzt so Gewohnheit. Gerade. Gerade bin ich in dem Modus, wo ich einfach Specials drücke, die ich habe, weil es ist ja eh durch. So, so. Zack, 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 zack. Gut. Seltener ein Check. Dann gehen wir jetzt rüber zu den epischen Gegnern. den können wir jetzt noch mal erobern. hier setzen wir den mal noch rein. Nordrata hat schon einen drin, dann bleiben wir da ein. Zwei. So. Ah, guck mal hier. Wir haben hier schon, die nehmen hier wieder ein. Die wollen noch ein bisschen. Okay, Alexios ist auch am Start. Dann nehmen wir uns den hier vor. Mit epischen. Äh, das ist eine seltene, eine ungewöhnliche Heldin hier. Was macht die? Leben. Okay, Lebenspunkte. Hora kennen wir. Hildor. Kennen wir auch vom Titan, ne? Oder vom Boss. Und hier haben wir gerade auch schon gesehen Benedikt. Also zwei Heiler dabei. Okay. Einen grünen und einen lilanen. Also nehmen wir den Blockierdrachen mit. So, zwei Heiler. Ähm. Heiler, was ist das für eine Teamstärke? 83. Okay. Ja, wir müssen gelb nehmen, theoretisch, und rot. Rot können wir mitnehmen. Das ist, denke ich mal, nehmen wir mal. Nika würde ich gerne bei den legendären Gegnern mitnehmen. Oder wir spielen halt Nika, Zoe und Gildor zusammen. Das sind viele Buffs, dann macht Gildor auch viel Damage. Und T6 als Heiler. So, jetzt können wir den Death-Wert erhöhen. In der Arena. In allen Spielmodi. so. Das ist jetzt eine Stärke von, ja, 104, ne? Sind wir klar drüber, aber, was soll's, ich kann ja jetzt nicht mit absichtlich mit Schwachen spielen. Gucken wir einfach. Gucken wir bis läuft. So, oh, guck mal, die sind auch, dauert auch relativ lange, bis die dran sind. Dann gucken wir erst mal, dass wir auf den, auf den Heiler gehen. so. Mache ich schon mal Defense down. Heilung brauche ich jetzt noch nicht. Gildor ist dran, gehen wir mal hier hinten hin. Ah, guck mal, siehst du schon, zack, direkt weg, ne? Keine Chance. Jetzt mache ich hier alles an. Hat er ein paar Effekte und jetzt macht er ein bisschen Damage. So, jetzt gucken wir, dass wir natürlich ihn wegkriegen. Wir sind zwar hier mit T-Six am Start. Wir sollten eigentlich auf Gildor gehen. Obwohl, ich kann das machen. Ich nehme hier die Roten so ein bisschen weg. Machen wir das ruhig so. Oh, passt schon. Ich würde er in erster Linie grün nehmen. Ah, okay. Da kam jetzt der Gelbe mit. Das ist jetzt doof, dass er jetzt heilt, aber gut. Passiert, ne? Okay. So, wir werden erstmal Heilung blockieren. So, so und so. Achso, jetzt habe ich gar keinen markiert. Wir sind noch bei Gildor. Ja, gut, nehmen wir jetzt Gildor raus. Wenn wir da jetzt sind, machen wir da halt weiter. So, mit T-Six warte ich noch. So, jetzt können wir ihn anmachen. Jetzt sind die Gegner gleich wieder dran. Nehmen ein bisschen Gelb raus. Okay. Heildrache funktioniert nicht. Könnten wir gucken, dass wir Gorak rausnehmen. Hier ist grün. Hier haben wir jetzt ja so eine Combo, ne? Die mache ich jetzt aber nicht. Das nehme ich genau so und so. Und so. Nehmen wir ihm Lila auch weg. Okay. Komm hier aus. Okay. War jetzt nicht dramatisch schwierig. Können wir auch nochmal, können wir auch nochmal reinsetzen. Ich mache den jetzt nicht voll. Ich setze jetzt einfach nur zwei, drei da rein. Einfach mit der höchsten Teamstärke. Fertig. Dann gehen wir hier hin. Alexios ist hier auch am Start. Dann nehmen wir den anderen. Und dann sind wahrscheinlich keine mehr übrig. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mein Lieblingsteam. Oder wir könnten natürlich auch Frau Klaus einfach mal mitnehmen. Okay. Ich nehme mal Frau Klaus mit. Gucken wir einfach mal. Das geht natürlich alles über Statuseffekte jetzt hier, was wir machen. Der Gegner hat jetzt 86 und wir haben 107. Frau Klaus sehe ich jetzt mal gar nicht so als starken Burschen an. Wir machen das alles über unsere Statuseffekte. So. Gucken wir mal, was uns Frau Klaus hier so bietet. Gut. Gwin sollten wir eigentlich gar nicht erst angreifen. Wir kümmern uns erstmal um die anderen alle. Danach ist Sarkon und dann Gwin dran vom Gegner. Machen wir es so. Okay. Gucken wir uns mal, was hier so bei rumkommt. Ja, er findet natürlich die Lücke mit den lilanen. Der kleine Drecksack. Okay. So, wir werden die Gewinne erstmal blocken. Die soll jetzt mal nicht halten. Okay. Die ist auch stumm. Gucken wir, dass wir selber unsere Gewinne an den Start kriegen. Und das so und so. Okay. Alles okay. So, dann machen wir sie jetzt mal an. Schön. Sieht schön aus. Hat mich erfreut. So, wir blockieren Heilung. Wir vergiften alle. Und laden unsere Helden einfach weiter auf. Machen wir hier mal bei ihm ein bisschen Damage. So, so. Oh. Gila kommt. Ja. Ja, machen wir den auch nicht. Warum nicht? So, hat nichts gebracht. Ne? Keine Heilung. Weil wir haben ja den Blockierdrachen. Sarkon hält sich da noch am Leben. Mit allem, was er hat. Gehen wir ruhig hier auf Gewinn wieder. Sehr schön. Hat ihm da jetzt die Effekte genommen, ne? Hat man gesehen, glaube ich. Positive Statuseffekte ein. Widerstand verringern, Verteidigung verringern und so weiter. Hat sie, macht sie alles. Also alles gut. Sie funktioniert. Das ist schon mal wichtig. Gehen wir noch einmal auf Gewinn. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass sie weg ist dadurch. Ja, sie ist ja. Sehr gut. Da gibt es jetzt auch nochmal ein bisschen Gift hinterher. Sarkon ist wieder am Start. Wir haben sehr viel Rot hier, ne? Sarkon ist wieder am Start. Ja, gehen wir ruhig hier auf ihn drauf. So, jetzt kommt sie auch nochmal. Alles, alles wieder voll. Sehr gut. Ja, wir können eigentlich hier auf ihn gehen. Ja, gut. Dann killen wir ihn von mir aus. So, so und so. Ich hab sie einfach nur mal fast vor Fun auslösen lassen. Okay. Gut. Wir haben unsere Arbeit getan. Gucken, ob noch irgendwas übrig ist. Können wir auch nochmal ein paar Teams reinstellen. Das hier mal rein. Das hier. Und Thomas stellen wir auch noch rein. Den Rest können die anderen machen. Das ist ja wurscht. So. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nichts zum Angreifen. Der ist jetzt erst in 18 Minuten wieder. Und dann sind da drei Teams drin. Da könnten wir nochmal angreifen. Aber, ja, ich denke, ich werde, entweder schneide ich die noch dran, die Angriffe. Aber da wird halt wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Schade, dass man es jetzt noch nicht sehen kann. Der wird wahrscheinlich, genau, den Turm können wir wahrscheinlich dann nochmal einnehmen. Ja. Aber da werden sich dann alle drauf stürzen. Und ich sage jetzt mal so, ich als Leader, ähm, überlasse das den anderen ruhig. Wenn die anderen noch angreifen möchten, können sie das gerne machen. Ja, es geht auch um persönliche Belohnungen. Hier. Ach, guck mal, die kann ich sogar abholen. Die individuelle Belohnung. Können wir eigentlich mal eben machen. Gucken, was da drin ist. Okay, Platin-Splitter. Sehr cool. Juwelen und Energie. Okay. Ja, ist doch in Ordnung. Ähm, ich stecke gerne bei der individuellen Belohnung da zurück. Ja, dürfen die anderen ruhig gerne machen. Haben wir hier Rangliste. Ach so, ja. Genau, wir haben einen Krieg verloren bisher. Das war der halt gegen die hier. Aber die haben anscheinend auch verloren, ne? Furia ist im Moment ganz stark. Und die haben wir glaube ich in der, haben wir in der, ne, in der Beta haben wir nicht gegen die gespielt. Glaube nicht. Also, was Kriege angeht, sind wir im Moment Rang 5 in Jamestown. Also, gar nicht mal so schlecht. Und das sind, das sind halt, äh, drei polnische. Also, eins, zwei und vier sind polnische. Die hatten sowieso schon ein bisschen Leerlauf oder vorher schon, äh, Zeit zu machen, weil, äh, zu spielen, weil das Spiel kommt aus Polen, ne? Und da war es dementsprechend als erstes released. Das ist eine englischsprachige Allianz und die sind high competitive. Ja, also da, äh, fließt viel mehr Geld rein als bei uns und deswegen sind die halt auch deutlich besser als wir. Ja, also die, die Polen, weil sie einen Vorlauf haben und natürlich auch Geld einsetzen und die, weil die halt, äh, sehr viel Geld einsetzen und halt, ähm, die Spieler halt da ordentlich, äh, zu nahe geben, ne? Also, das, es wäre immer interessant gegen die zu spielen, einfach nur mal so just for fun, um zu gucken. Wir haben ja schon gesehen, dass wir gegen, äh, Gildia Wilkow keine Chance hatten, aber es ist halt dann interessant zu sehen, wo wir stehen, die, die, relativ, oder im Verhältnis zu den anderen fast, oder sehr wenig Geld einsetzen, ja, im Verhältnis zueinander ist das sehr wenig, was wir dann da machen, aber wir haben halt trotzdem unsere Mittel, um zumindest da, äh, äh, mitspielen zu können, beziehungsweise wir verlieren, klar, ja, aber es ist nicht hoffnungslos, ne? Deswegen einfach weitermachen, wir sind ja am guten Weg, ne? Also, so Top Ten, solange wir uns da dauerhaft in den Top Ten halten, ist alles super und dann gucken wir einfach, was da so aufwärts alles möglich ist, ne? Gut. Ja, dann gehen wir nochmal zurück, ob hier noch irgendwas passiert, hier passiert erstmal nichts. Hierhin sind die vorgedrungen. Okay. Haben sie denn hier besiegt? 4 zu 1 Serie, 0 zu 4, 2 zu 6. Oh, guck mal, eine Siegesserie von 8. Sehr schön, 9 zu 1. Ja, hier, ne? Amsterdam hat uns direkt, äh, zwei Stunden, bevor der Krieg losging, äh, einfach verlassen. Ah, jetzt nicht so der Brüller, zumal er dann direkt in eine andere Allianz gegangen ist. Finde ich, äh, sehr unkollegial tatsächlich, ja? Zumindest, äh, ich hab's nur am Rand mitgekriegt, äh, zu sagen, jo, ciao, so ungefähr. Keine Chance, jemandem geben, was zu machen, zu reagieren, jemand anders vielleicht zu kriegen, nö, einfach, einfach gehen. Ist aber völlig egal, wird alles überbewertet, sowas, ne? Ne, ne, kann da einfach, man muss ja auch nicht Bescheid sagen. Ich werd solche Leute nie verstehen, aber gut, äh, deswegen haben wir auch aktuell einen Platz frei. also, wer rein möchte, ja, wir sind gechillt, wir spielen aber trotzdem oben mit. Also, von daher, was die Ansprüche angeht, natürlich muss man erstmal ein bisschen spielen, um halt auch an das Repertoire an Helden zu kommen, was wir haben, ja, und sonst wird's halt, äh, zu, zu schwierig, auch die Bosse werden zu schwierig. Aber wir sind im Moment runtergefallen auf einen 6,4er, 6,6 ist das Höchste, die haben wir auch schon besiegt. Aber wir haben halt so unsere ein, zwei Farben, wo es nicht so geht und dann geht das natürlich drastisch immer runter. Und zweimal hintereinander so ein Lila nah, den du nicht besiegen kannst und du bist zwei Stufen runter. Also, ähm, wer gut dabei ist, wer sich das zutraut, wer Bock hat, gerne Wicom, ja, aber dann natürlich auch am besten Fall mir vorher bei Laien schreiben, ansonsten einfach anfragen. Gut, das war's, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hier bei Gemstone im nächsten Krieg oder wenn es, beziehungsweise, ähm, ich werde morgen, heute, je nachdem, wann das Video rauskommt, auch noch ein, ein Infovideo machen. Also, wir werden sehen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ja, also macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020